Wird gemacht! Ich hätte es nicht krank! Macht euch bereit! Alles zu klar hier oben! Oben auf! Schöne Sitterhäufe! Ich werde sehkrank! Sind Sie unter Beschuss? Wo kommen die eigentlich her? Haben die hier ge- Feuer frei! Okay Oh, da kommen neue Einheiten! Sie kommen zum Angriff! Die locke ich natürlich hier absichtlich hin! Sind Sie unter Beschuss? Geil, ihr baut hier jetzt keinen Maschinenbauer hin! Nichts solange ich angreife! Baut ihr hier was hin! Ich werde es verhindern! Indem ich eure Arbeiter töte! Ah, die haben jetzt gesehen, die können gar nicht angreifen! Ihr habt nicht meine Chance! Los! Feuer frei! Ist die Segel! Schöch den See! Sind Sie unter Beschuss? Und? Los! Attacke! Go, go! Palm! Ich will jetzt die mal zurückwerfen! Ich werde sehkrank! Wir sind wieder zu nah dran! Wir sind wieder zu nah dran! Geicht dich kalt! Haha! Greift! An! Greift! An! Toll! Genug Platz für alle! Alles klar! Ach, das sind... Das ist ja ein... Das waren ja nur vier Plätze. Das ist ja fünf Plätze. Also braucht ihr hier fünf Plätze. Oh, die haben hier fast so einen Waffenmacher wieder... Maschinenbauer. Ich glaube... Hä, wieso bauen die... Wieso haben die überhaupt Maschinenbauer jetzt gebaut? Letztes Mal haben sie das nicht gemacht. Die KI denkt mit. Dieses Mal. Hat wohl aus dem letzten Mal mal irgendwas gelernt. Man sollte lernen, bei Beschuss von Gebäuden niemals reparieren. Vor allem bei Gebäuden... Äh, bei... Sachen, die Flächenschaden machen. Ach. Die wollen hier meine... Dingens wieder hin... Äh, kaputt machen. Nur weil das eine... Reichweite von 15 hat. Das Olde Trike. Was ich da jetzt auch nicht so als nützlich empfinde. Wobei die Flächenschaden machen, aber naja. Schönes Wetter euch. Feuer frei! Leicht und schnell. Hilf mir Regeln. Sooo... Kann ne Weile dauern. Kann ne Weile dauern. Kann ne Weile dauern. Natürlich. Natürlich. Trommeln wir hier mal alles zusammen. Nein, ich will nicht in Skype schreiben. Ein Glück. Mal gucken. Verbreitet ihr Chaos und Ver... Und Zerstörung? Ja, ihr verbreitet Chaos und Zerstörung. Meine Lieblings... Dinge. Chaos und Zerstörung verbreiten. Oho ist der... Wo ist der... Wo ist der... Ich werde sie... Hm? Was? Wie? Achso. Minen. Was schwebt denn da im Wasser? Ist ja wie ein Minenteppich. Wir finden einen anderen Weg. Vertraut mir. Da scheint der Minenleger zu sein. Der die dahin gelegt hat. Minen explodieren, wenn man sich ihnen bis auf 10 Meter nähert. Und rechnen enormen Schaden an. Ja. Tausend. Mach den ganzen Katamaran platt. Geht's los? Rutsch! Nächste Aufgabe. Ihr macht hier nichts kaputt. Na greift der Wempsteinschwert an. Ja. 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 Na greift der Wempsteinschwert an. Gehts los? Ja. Kann ich machen. Ich mag das. Ich geh vor. Ich geh vor. Ich geh vor. Dann geh. Ich geh vor. Ich geh vor. Typ, den ich nicht mag. Tutorial-Typ-Dingens-irgendwas-Wesen-of-Doom. Nein. Er ist einfach nur nervig, dieser Tutorial-Typ. Ich mag diese Tutorial-Leute eigentlich nicht, die mir dann immer... Wenn ich dann spiele mit den Spielern, einfach mal reinschwafeln. Wieso kommen die immer näher? Lol. Oh, da ist ein Mörser. Mal sagen, den Mörser nehmen wir mal gehörig auseinander. Zack. Bam. Das ist das Dojo. Das machen wir auch kaputt. Weil Dojo ist Dojo, da können sie produzieren. Hier für ihre nervigen Fernkampfeinheiten. Moment. Oh, 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 nein, nein, nein. Auf den Weg. Ihr geht mir gefälligst zurück. Bei dessen können die eigentlich theoretisch hier schon... ...die Dingens bauen. Auf den Weg. Oh, auf. Nein, du oller... Stego-Mego. Stego-Mego. Was geht hier? Der Langsam-Unruhig. Ich bin vor. Danach mal halt eine große Offensive. Komm. Greifst alle den ollen Turm an. Aber wenn irgendwas stirbt, dann ist es nicht meine Schuld. So was wie beispielsweise der Stego-Transporter. Ich glaube, der sollte zu sowas fliehen, was ich Ernst-Druide nenne. Och, der chillt noch immer im Lager. Ich will euch helfen. Genug als wir alle. Kann eine Weile dauern. Helf und weg. Geht's los? Was für ein Spaß. Von mir aus. Die machen hier schon alles. Die sehen hier Tod und Verwüstung. Dann lasse ich die währenddessen mal hier raus. Was soll ich aufschließen? Und dann bauen die mir gleich mal einen Tempel hin. Hier ein Black-Tempel. Und du greifst das Dojo an. Was wir bauen wollten. Das war eine dumme Idee hier, was irgendwie etwas die Umgebung sichern zu lassen, was eigentlich so gut wie fast tot ist, aber naja. So, da ist ein neues Artefakt. Poseidons Schild. Hey, wo erwartet ihr? Poseidons Shield. Seine Nvidia Shield. Liegt da drin. Da kommen sie ja auch schon. So, da kann der jetzt hier sitzen. Und sich heilen lassen. Würde ich auch mal sagen. Dann baue ich hier noch schnell so ein Wällchen hin. Ein Wällchen. Gibt ein Bällchen. Wie ich nicht zu sagen pflege. Na, alles klar. Na, alles klar. Platz da. Ich will euch helfen. So. Alle verwundeten Tiereinheiten sollten eigentlich mal aneinander stehen. Ich führe die Kraft. Oh oh. Was für ein Spaß. Warum macht man so sauer aus? Verpiss dich. Oh ja, der Stiro-Transporter ist schon bei der Hälfte voll ungefähr. Was für ein Spaß. Oder eigentlich mehr als ungefähr. Alles klar hier oben. Oben auf. Ja. Alles klar hier oben. Ja. Alles klar hier oben. Oben auf. Reifen los. Reifen los. Ja. Unterwegs. Ja. Ach, der geht mir auf die Nerven. Ich glaube. Die sind alle recht schwer verwundet. Na gut, nicht schwer, aber etwas stärker. Die Naturgeister stehen uns bei. So ist unser wieder voll. Nächste Aufgabe. Da lang. Und ja, ich nutze die Schildkröten auch als Angriffseinheiten. Was soll ich aufschließen? Sieht vielleicht irgendwas dämlich aus, die eventuell so als Angriffseinheit zu nutzen, aber... Na ja. Was trüft man denn nicht alles? Bogen auf. Mein Bogen ist bereit. So, dann bauen wir hier mal so ein kleines Zwieschernlager. 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 Das wäre ganz schlecht. Dann wären meine Mühen wieder etwas umsonst gewesen. Ich hätte wertvolle Rohstoffe verschwendet. Wobei, die kleine Saurier-Farm mache ich einfach zu einer mittleren, weil die brauche ich ja eigentlich theoretisch gar nicht. Das wäre kein Spaß. Naja. Ich nehme so eine Schildkröte. Hol die da hinten ab, weil die jetzt fertig sind. Aber sicher. Wird gemacht. Was muss erlegt werden? Und baue mir mal noch einen Waffenmacher dahin. Und unbedingt noch eine Taverne, wenn das geht. Wenn that noch geht. Nein, das geht natürlich nicht. Scheiße. Muss ich nicht abbauen. Ich pisse mir gleich in die Hose. Was soll ich aufschließen? Was muss erlegt werden? Das würde euch natürlich sehr amüsieren, wenn ich mich jetzt in die Hose pisse. Ich mache das so, ich speichere jetzt. Ja, ich werde das überspeichern. Gucke, ob die Schildkröte schon da unten ist. Nein. Dauert noch ein bisschen. Also bis sie einfertig sind. What? Ach, die Kaseine da. Ja, okay. Bis die fertig sind und alles. Gehe ich jetzt mal aufs Klo. Also bis gleich. Und dass wir spielweit heraufen. Und dann wie wir die Kaseine da wollen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt fühle ich mich um ein paar Kilo erleichtert. Das war's für heute. Okay. Der Platz hier ist schon mal gesichert. Okay. Auf jeden Fall. Ich mag das. Auf dem Weg. Jetzt wieder auf den Punkt da unten. Da ist der Spinosaurus. Den ich so richtig nice finde. Hey, wo erwartet ihr? Da lang. Tödlich. Ich komme da rein. Ach, er läuft da jetzt hin. Und dann kommt der Stego-Transporter wieder her. Hey, wo erwartet ihr? Und die hier machen schon mal da platt. Wo ist der Kampf? Wo ist der Kampf? Ich will kämpfen. Da lang. Platz da. Da lang. Da lang. hinten ist... Ach, da sind ein paar Morianos auch hier. Okay. Geht's los? Die nächste Woche auch nicht. Die haben vier Flossen. so eine große Schnauze. Na, alles klar? Komm! Vorne dran. Mit der. Ist immer so ziemlich rumschnückeln. Ach, der ist schon da. Der Transporter. Ich will kämpfen. Was für ein Spaß. Okay. Okay. Dann... Da hin. Ich hoffe, die... Ah ja, die sind schon da. Kann die Schildkult ja mal dahin gehen. So. Hm. Und die... Bauen mir hier jetzt noch schnell ein paar große Türme rein. Bauen mir hier jetzt noch schnell ein paar große Türme rein. In das Mauer. Und die bauen mir jetzt noch schnell ein paar große Türme rein. Ich will kämpfen. Dann hab ich mir schon gedacht, dass das Feldlager hier kaputt schießt. Äh, den Typen da... 1500. Oh, was für die Idee? Ne schöne Nahrungsquelle auf jeden Fall. Und los! Recht lukrativ.